Ja, 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 ja. Einen Film mit einem Psychopathen zu drehen, ist ein bisschen so wie eine Schlange mit einem Stock zu reizen. Mach deine verdammte Arbeit, sag was ich tun soll. Wenn sie dann ihren Kopf hebt und ihre Giftzähne blitzen, sollte einen das nicht allzu sehr wundern. Leck mich doch, mach dich an die Arbeit. Darf ich Ihnen Sam Wagnon vorstellen? Er hat keine Angst davor, über die Dämonen in seinem Kopf zu sprechen. Ich habe kein Gewissen. Mir fehlt jedes Mitgefühl. Ich werde leicht ausfallend und bekomme schreckliche Wutanfälle, die ich nicht kontrollieren kann. Oder über die Defizite anderer. Du bist ein feindseliger Filmemacher. Ein feindseliger, uninformierter, geistig träger, unvorbereiteter, unorganisierter Filmemacher. Vielleicht ist er einfach nur der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Ich habe kein Problem damit, es zuzugeben. Ich bin ein Psychopath und verhalte mich psychopathisch. Oder der beste Lügner. Wir vereinbarten also, einen Film zu machen, um herauszufinden, ob er tatsächlich ohne Gewissen geboren wurde. Ich hatte gehofft, im Laufe der Dreharbeiten etwas zu lernen. Ich dachte, es könnte vielleicht sogar Spaß machen. Da hatte ich mich wohl gründlich geirrt. Ich habe noch nicht mal angefangen, sich schlecht zu behandeln. Sam Wagner ist mir ein Rätsel. Ein ehemaliger wirtschaftskrimineller und ausgewiesener Egomane. Doch nun hat er angeblich sein Leben auf den Kopf gestellt und hilft genau den Leuten, die er früher betrogen und missbraucht hat. Wenn Sam in den Spiegel schaut, gefällt ihm, was er sieht. Zum ersten Mal stieß ich auf Sam im Internet. Er betreibt eine erfolgreiche Website und lebt von den Einnahmen aus seinem selbst verlegten Buch. Nach seiner wundersamen Wandlung vom Täter zum Rattenfänger erklärt er uns darin, was er eine bösartige Selbstliebe nennt. Die größte Aufmerksamkeit findet er bei den vielen Opfern extremer Narzissten, wie er selbst einer ist. Sam sagt mir, er sei Psychopath. Es stimmt wohl, dass alle Psychopathen Narzissten sind. Jedoch sind nicht alle Narzissten Psychopathen. Verwirrend, oder? Vor allem, wenn es nämlich um den glattrasierten und geschliffen redenden Psychopathen geht, müssen wir alle noch viel dazu lernen. Psychopathen behandeln andere häufig schlecht. Aber sie selbst fühlen sich dabei gut. Sie empfinden keine Reue. In gewisser Weise können sie einfach nichts dafür. Sie können gut Emotionen vortäuschen, Interesse zeigen. Dabei haben sie in Wahrheit nicht mehr Interesse an ihnen, als eine Katze an einer Maus. Die arme Maus fragt sich, warum macht die Katze das? Und die Katze sagt, ich bin eine Katze und ich tue, was Katzen nun mal tun. Genau so funktioniert der Psychopath. Aber nicht alle Psychopathen üben körperliche Gewalt aus. Mich interessiert der Psychopath in Nadelstreifen, der als Typus nicht ins Hollywood-Klischee des sadistischen Serienkillers passt oder ins Bild des brutalen Folterers oder Kidnappers aus den Abendnachrichten. Sam ist nie körperlich gewalttätig. Er ist ordentlich gekleidet, er ist klug und kann sehr witzig sein. Wie also kann er dann als Psychopath gelten? Sie sehen aus wie alle anderen und scheinen sich auch so zu verhalten wie wir. Aber auf lange Sicht haben sie nur ihr eigenes Interesse im Sinn. Ich verwende den Begriff Sozialstraftäter. Das trifft es wahrscheinlich am besten. In der wissenschaftlichen Erforschung dessen, was wir landläufig Psychopathen nennen, gilt Professor Robert Hare weltweit als führend. Über 30 Jahre seines Arbeitslebens hat er in Kanadas Hochsicherheitsgefängnissen verbracht. Heute ist er der Ansicht, er hätte besser mehr Zeit an der Börse zubringen sollen, damit die erfolgreicheren Psychopathen unserer Gesellschaft zu beobachten. Robert Hare ist überzeugt, dass wir von mehr Psychopathen umgeben sind, als wir glauben. Es laufen viel mehr frei herum, als hinter Gittern sind. Einer von 100, sagt er. Es könnte ihr Chef sein, ihr Arbeitskollege, ihr Verwandter, Nachbar oder ihr Geliebter. Sie können oft recht charmant sein, manipulieren, ihnen vormachen, etwas zu sein, was sie nicht sind. Es kann lange dauern, bevor ihnen bewusst wird, dass sie benutzt werden. Was das angeht, sind Robert Hare und Sam einer Meinung. Die meisten Psychopathen sind untätig, wie ein Eisberg, der sich größtenteils unter Wasser befindet. Sie tun nichts, sie sind einfach da. Sie quälen ihren Ehepartner durch mangelnde Anteilnahme, nicht indem sie sie prügeln oder umbringen. Sie mobben ihre Arbeitskollegen, aber sie stecken nicht das Büro in Brand. Sie tun nichts Dramatisches, sondern sind boshaft und meistens raffiniert. Sie gleichen eher Gift als einem Messer, und zwar eher einem schleichenden Gift als Zyankali. Früher war Sam ein erfolgreicher Geschäftsmann in Israel, ein Multimillionär, wie er sagt. Heute lebt er in Mazedonien, in einem der ärmsten Länder Europas. Sam behauptet, ein Psychopath zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich war schon immer fasziniert von Ruinen, von Orten, wo früher einmal Menschen lebten. Das bringt eine Seite in mir zum Klingen. In mir herrscht Leere, deshalb zieht mich auch äußere Öde an. Wäre er ein Psychopath, widerspräche er ein paar Grundregeln. Zum einen, was die Selbsterkenntnis betrifft. Mein Leben ist ein einziges Chaos. Ich wechsle alle anderthalb Jahre den Job. Ich bin einmal geschieden, zum zweiten Mal verheiratet, habe dreimal mein gesamtes Geld verloren, und zwar mehrere Millionen Dollar. Ich war schon so oft am absoluten Tiefpunkt, dass am Ende sogar in meinen Dickschädel reinging, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Des Weiteren haben Psychopathen sehr selten ein beständiges Gefühlsleben. Sam ist verheiratet. Seit über zehn Jahren ist er mit seiner Frau Lydia zusammen. Meine Beziehung mit Lydia basiert wohl darauf, dass wir gegenseitig unsere Bedürfnisse befriedigen. Sie ist mein narzisstischer Kraftspeicher. Der lebende Beweis dafür, wie großartig ich bin. Sam's brutale Offenheit überrascht. Sie ist sogar merkwürdig anziehend. Seine ehrlichsten Momente aber scheint Sam immer dann zu haben, wenn er mit mir und meiner kleinen Videokamera allein ist. Ich zeige gern die Fassade eines zurückhaltenden, bescheidenen Menschen. In meinem Buch nenne ich das falsche Bescheidenheit. Das funktioniert gut. Die anderen denken dann, ich sei im Inneren menschlich. Das bist du doch auch, oder? Das willst du glauben, klar. Sam ist eine Art Pionier. Er ist wohl der Einzige, der sich freiwillig den harten psychologischen und neurologischen Tests unterzieht, die erforderlich sind, um Psychopathie von dir zu diagnostizieren. Heute brechen wir zu unserer diagnostischen Reise auf. Von Skopje. Wir brauchen die DVD. Auch unser Buch. Wie viele brauchen wir? Sechs. Du hast immer vier zu wenig. Sechs Stück, für jeden ein Exemplar. Während der nächsten drei Wochen wird Sams Persönlichkeit beurteilt und ausgewertet. Einige der führenden europäischen Psychopathie-Experten werden sein Gehirn durchleuchten. Warum wir diesen Film machen? Weil es darin um ein hochinteressantes Thema geht. Ist das Gehirn tatsächlich Sitz der Seele? Passen die wissenschaftlichen Disziplinen, Psychologie und Neurologie zusammen? Warum ich auf diese Reise gehe? Na, weil es interessant ist, die führenden Vertreter dieser Bereiche zu treffen. Außerdem bin ich offengestanden scharf darauf, bei diesen Leuten narzisstische Züge und Verhaltensweisen zu beobachten. Ich werde sie genauso mustern und testen, wie sie mich. Ehrlich gesagt bin ich noch immer nicht ganz sicher, warum ich mich auf dieses Abenteuer einlasse. Ich weiß doch, dass sich Psychopathen nicht an die Regeln anderer Leute halten. Bevor wir aufbrechen, arbeite ich mich durch mein altes Filmmaterial. Stundenlang Sam über sich. Bei unserem ersten Treffen vor zwei Jahren. Damals kündigte mir Sam deutlich an, was passieren könnte, wenn der Film nicht in seinem Sinne wird. Ich denke, dass dieser Film so aligniert mit meinen Emotionalen Interessen, und nicht Kommerzialen Interessen, dass die Wahrheit ist, aber nur weil ich dich liebe. Das nehme ich ihm sofort ab. Aber ich habe meine Kamera, ein gutes Team, etwas Verstand, einen Glückshut und wohne weit weg von Mazedonien. Eine riskante Mischung aus Naivität und Überheblichkeit, aber ich gehe davon aus, dass ich damit umgehen kann. Dennoch habe ich Angst vor möglichen Nebenwirkungen. Ich dachte nicht sofort daran, ein Videotagebuch zu machen. Das ist eigentlich nicht mein Ding. Aber ich will mir bei diesem Abenteuer immer darüber klar sein, wie es mir geht. Ich habe ein wenig Angst, dass mich diese Reise irgendwie negativ verändert. Ich frage mich, ob sich das Gehirn eines Psychopathen tatsächlich so sehr von meinem unterscheidet. Vor allem bin ich einfach neugierig darauf, wie es ist, mit einem Sohn nah zusammen zu sein. Ich will herausfinden, was passiert, wenn er seine Maske fallen lässt. Ich habe mir fest vorgenommen, das auf Video festzuhalten. Genau wie Sam habe ich viele Bücher über Psychopathie gelesen. Ich glaube aber, dass wir noch vieles von den Wissenschaftlern selbst erfahren können. Unser erstes Ziel ist einer der zentralen Wirtschaftsknotenpunkte Europas. Ein toller Ort, um den Psychopathen in Nadelstreifen zu studieren. Wir treffen uns mit einer Forscherin, die uns sagen kann, ob Sams Persönlichkeitsprofil dem entspricht. Sam behauptet, während seiner Zeit als erfolgreicher Geschäftsmann nicht weit weg von hier gewohnt zu haben. Es war ein fünfstöckiges Herrenhaus. Ich hatte es von einem Israeli gemietet, als du reich warst. Ja, und ein weitaus boshafterer Narzisst als heute. Ich weiß, das ist schwer vorstellbar. Ich hatte Faye Dunaway, den Butler, ausgespannt. Den ehemaligen Butler von Prinz Charles. Es mag ja sein, dass Sam einen nobelen Butler hatte, aber ob er auch das Zeug hat zu einem erfolgreichen Psychopathen? Evolutionspsychologen prägten den Begriff erfolgreicher Psychopath, um zu beschreiben, welchen Vorteil ein Gewissenloser hat, wenn er andere aus der menschlichen Nahrungskette hinaus manövrieren will. Die Frage ist, ob ein Psychopath, wenn er anderen ihre Ressourcen raubt, sei es Geld, Eigentum, was auch immer, für Frauen attraktiver wird und sich dadurch zwangloser und einfacher fortpflanzen kann. Psychopathen wären demnach perfekte Maschinen, deren Motor bestens funktioniert. Der Psychopath wäre der Rolls-Royce im evolutionären Mogelstrategiespiel und er beherrschte dieses Spiel vollendet. Forschungsarbeiten der Organisationspsychologin Belinda Bord untermauern diese Vorstellung. 2005 fand Belinda Bord in einer Studie bei Großbritanniens Spitzenmanagern ein hohes Maß psychopathischer Züge. Die Studie hat wohl deshalb so viel Aufsehen erregt, weil sie bei den Magazinen für Schlagzeilen sorgte. Ist ihr Chef ein Psychopath? Belinda Bord verglich Persönlichkeitsstörungen von Kriminellen, Geisteskranken und Managern. Die Manager waren histrionischer, also egozentrischer und theatralischer als die Vergleichsgruppen und ebenso narzisstisch und zwanghaft. Die Chefs waren lediglich nicht so antisozial. Persönlichkeitsstörungen sind nicht diese diskreten Krankheiten, auf die das medizinische Modell zutrifft, dass man sie entweder hat oder nicht. Sie sind vielleicht nur Übersteigerungen normaler Charaktereigenschaften, die jeder besitzt, nur unterschiedlich stark. Wenn Sie gebildet sind, wissen, wie man sich gut kleidet, sich gut ausdrücken können und in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen sind, rauben Sie keine Bank aus. Dann werden Sie Bankdirektor. Sind Sie halbwegs attraktiv, öffnet Ihnen das alle Türen, erst recht, wenn Sie zudem intelligent sind. Die Kombination aus gutem Aussehen, Intelligenz und fehlendem Gewissen ist dann tödlich. Dieses Dreigestirn könnte die Irrungen und Wirrungen in Sams Biografie erklären. Fast alles, was uns Sam aus seinem Leben erzählt, klingt noch abstruser als erfunden. Was genau davon wahr ist? Er galt als Wunderkind mit einem IQ von 185, war mit elf bereits an der Uni. Einer von Israels reichsten Geschäftsmännern nahm das Einwandererkind aus einfachen Verhältnissen unter seine Fittiche. Mit 21 bereiste er die Welt im Privatjet. Später trat er als Dotcom-Unternehmer in Erscheinung. Er war jung, reich und fast berühmt. 1995 dann verlor er alles, als er wegen schweren Wertpapierbetrugs ins Gefängnis wanderte. Die Psychologin Belinda Bord ist bereit, Sam heute in ihre Datenbank aufzunehmen. Darf ich Sie erst einmal mit meinem sogenannten Buch belästigen? Danke. Sehr gern. Bitte fahren Sie fort. Darf ich Ihnen zunächst ein paar Fragen stellen? Wie alt sind Sie? 47. Und Ihr Familienstand? Sind Sie verheiratet? Leben Sie zusammen? Meine Frau glaubt das. Verheiratet getrennt geschickt? Verheiratet. Sam startet mit einer Scham-Offensive. Insgeheim ist er aber unbeeindruckt von dem Test, den die Psychologin ausgewählt hat. Belinda Bord verwendet einen der gängigsten klinischen Tests seiner Art. Er besteht aus 162 Wahr-Falsch-Fragen, mit denen die elf häufigsten Persönlichkeitsstörungen aufgespürt werden sollen. Musik Ich habe gern Umgang mit wichtigen Leuten, weil ich mich dann selbst wichtig fühle. Eine der Diagnose-Fragen. Wahr. Ich unterwandere nicht den Test. Klar. Ich lese für den Film einige Fragen vor und erkläre, was sie bedeuten. Keine Sorge, ich ändere nicht meine Antworten. Bislang lief alles glatt. Aber die scheinbar unbedeutende Frage nach Sams akademischem Grat führt zu einer Auseinandersetzung, die droht, die Sitzung entgleisen zu lassen. Was ist Ihr höchster Abschluss? Dr. Phil. Ein Doktorgrad von wo? Pacific University. Ich habe nämlich vergeblich versucht, dem Verweis auf Ihrer Webseite zu folgen. Im Verweis worauf? Da heißt es doch, klicken Sie hier. Wahrscheinlich bei Brainbench. Nein, der Link bei Dr. Phil ließ sich nicht öffnen. Wurde Ihre Dissertation veröffentlicht? Ja, sie steht in der Kongressbibliothek. Dort finden Sie meine Dissertation und meine Verteidigung. Worüber haben Sie promoviert? Über das Konzept der Zeitasymmetrie. Ich habe 1983 promoviert und verteidigt. Meine Doktorarbeit steht in der Kongressbibliothek. Sam ist durch Belinders Zweifel aufgebracht. Er wartet aber, bis unser Kameramann den Raum verlassen hat, um sein Missfallen zu äußern. So muss ich zu meinem kleinen Camcorder greifen. Es war ja ein bescheuertes Gespräch. An welcher Uni waren Sie? Warum könnte man nicht auf den Link klicken? Es gibt überhaupt keinen Link. Ich weiß nicht, wovon sie spricht. Warum konnte man nicht raufklicken? Wo kann ich Ihre Doktorarbeit lesen? Mit welchem Recht fragt ihr danach? Wo kann ich den euren akademischen Grad überprüfen? Du hast doch seinen Lebenslauf. Reicht das nicht? Du glaubst nicht Sam, sondern ihr. Und was zeigt das? Du gehst davon aus, dass Psychopathen lügen müssen. Das klingt nicht gut. Psychopathen lügen, um ein Ziel zu erreichen. Sie lügen nicht einfach so. Will ein Psychopath an das Geld einer Frau, lügt er ihr vor, dass er sie liebt. Will er einen Job, wird er einen Doktortitel im Zusammenhang mit dem Job erfinden. Er würde nicht generell einfach nur lügen. Psychopathen sind sehr zielorientiert, wie Torpedos oder Laserkanonen. Sams Dissertation wird für den Rest unserer Zeit zum Stachel im Fleisch unserer Beziehung. Morgen will ich Belinda bitten, ihre akademischen Referenzen vorzuweisen. Ihr Wort reicht mir nicht. Ich will einem Beweis, dass sie isst, was sie zu sein behauptet. Ich könnte auch dich bitten, deine Referenzen vorzuweisen. Ich weiß nicht einmal, ob du wirklich Ian Walker bist. Ich habe keinen Ausweis gesehen. Warum grinst du? Ich habe bisher nicht bemerkt, dass du deinen Job kannst. Ich will einem Beweis, dass du wirklich du bist. Ich kann beweisen, dass ich promoviert habe. Kannst du Zeugnisse vorlegen? Ich kann gar nichts beweisen. Das dachte ich mir. Psychopathen können hervorragend lügen und mögen es nicht, dabei ertappt zu werden. Normalerweise flechten sie jedoch genügend Wahrheit ein, um ihre Opfer unablässig zu verwirren. Sam behauptet allerdings, er setzte lieber die Wahrheit als Waffe ein. Ich habe dir gesagt, was ich von deinen geistigen Fähigkeiten halte, beziehungsweise von deren Fehlen. Du hältst mich für einen Idioten. Unter anderem. Und habe keine Hemmungen, es dir immer wieder zu sagen. Das glaube ich dir. Um dir zu zeigen, dass ich mich absolut unter Kontrolle habe, habe ich sofort damit aufgehört, als die Kamera lief. Sams Spielregeln scheinen sich mit der Zeit zu ändern. Dabei habe ich das Gefühl, dass mir der Film entgleitet. Du drehst und ich rede. Wenn du mir die Kamera geben willst, redest du und ich drehe. Wenn du willst, gebe ich dir die Kamera. Sei nicht kindisch. Wenn du reden willst, leg los. Wir können auch die Rollen tauschen. Wenn du die Seiten wechseln willst, nur zu. An diesem Punkt fällt mir ein Tipp ein, den Sam auf seiner Website gibt. In Wie man den Zorn eines Narzissten verhindert, zählt er fünf Punkte auf. Nummer eins lautet, sei niemals anderer Meinung als ein Narzisst und widersprich ihm nie. Ups. Was mich an deinen Tipps für den Umgang mit einem Narzissten interessiert. Welchen Eindruck hast du von mir? Ich habe nicht das Gefühl, deinen Anweisungen gut zu folgen. Ich denke nicht, dass es dir darum geht, sondern dass du sehr verwöhnt bist. Ziemlich narzisstisch. Ja. Da hast du wohl recht. Trotzdem haben wir Vereinbarungen. Da habe ich mich verpflichtet, dir jederzeit zur Verfügung zu stehen. Und ich habe mein Wort bislang gehalten. Meine Arbeitshypothese ist, du bist feindselig. Wahrscheinlich habe ich auch ausreichend Beweise dafür. Vielleicht ist das meine Art, mit Mobbing umzugehen. Ich habe noch nicht mal angefangen, dich schlecht zu behandeln. Wenn ich dir das Leben schwer machen wollte, wärst du mit Sicherheit in weitaus schlechterer Verfassung. Soll ich erzählen, was ich über Nacht gemacht habe? Sie bestimmen die Tagesordnung. Am nächsten Tag treffen sich Belinda Bord und Sam wieder, um die Ergebnisse seines Persönlichkeitstests durchzugehen. Gestern sagten sie, sie wissen, wie es funktioniert. Ich habe darüber geschrieben. Wir setzen also diese Punkte in Relation zu den elf Dimensionen. Dann bekomme ich ein Profil der Persönlichkeitsstörung. Bei einer ganzen Reihe von Persönlichkeitsstörungen, die üblicherweise mit Psychopathie in Verbindung gebracht werden, hat Sam sehr viele Punkte erreicht. Es ist einfach wichtig, das Muster zu erkennen. Wir beginnen mit histrionisch. Das liegt bei grob zehn Punkten. Einen ersten Höhepunkt erreichen sie bei narzisstisch. Dann fällt die Kurve allmählich. Die wenigsten Punkte gab es für die abhängige Persönlichkeitsstörung. Dann steigt es wieder an bei zwanghaft. Etwas weniger bei passiv-aggressiv und dann relativ hoch bei paranoid. Sie liegen relativ gesehen sehr hoch bei schizotypisch. Wieder etwas weniger bei schizoid und die Spitze ist bei ängstlich vermeidend. Sams Narzissmus sticht also nicht so deutlich heraus, wie er das vielleicht erwartet hatte. Gestern sagten Sie mehrmals, Sie seien ein Narzisst. Aber laut dieser Kurve unterscheiden Sie sich nicht deutlich von den vier Vergleichsgruppen. Es sind ja offensichtlich relativ ungewöhnliche Vergleichsgruppen, bei denen Narzissmus weiter verbreitet zu sein scheint als in der Durchschnittsbevölkerung. Vielleicht steche ich deshalb nicht hervor. Belinda Bord hat Sams Kurve mit denen ihrer anderen Probanden verglichen. Mit Managern, Geisteskranken und Kriminellen. Der Verlauf der Kurve, die sein Profil abbildet, erzählt eine ganz eigene Geschichte. Die blaue Linie steht für die psychisch Kranken. Es zeigt sich eine sehr enge Beziehung im Kurvenverlauf. Der Vergleich zeigt, dass Sams Profil mehr Ähnlichkeit mit Leuten aus der Psychiatrie hat, als mit solchen in Business-Meetings. Zudem hat Belinda Bord den Verdacht, dass hinter seinem Narzissmus eine Art kuriose Schwinderei stecken könnte. Wenn ich mir nur den Narzissmus ansehe, um den es hier ja geht, den scheint er wie ein Abzeichen vor sich herzutragen. Ich frage mich, wenn wir ihm dieses Abzeichen wegnehmen, weil er in dem Bereich keine signifikante Punktzahl erreicht hat, wie würde sich das auf sein Selbstbild auswirken? Wie auf seine Lebensweise? Am nächsten Morgen fahren wir in eine Stadt nördlich von Manchester. Jetzt wird Lydia mit Experten sprechen. Sie soll jemanden treffen, der versucht, die Frauen zu verstehen, die sich in Psychopathen verlieben. Ich bin gespannt, ob Lydia in das Muster eines typischen Opfers passt. Ich brauche sicheren Boden unter den Füßen. Im Moment fühle ich mich nicht sicher. Mit 39 möchte Lydia noch immer gerne ein Baby. Aber die Uhr tickt. Ich hätte wirklich gerne ein Kind. Ich bin in einem kritischen Alter. Wenn ich also wirklich eins möchte, dann muss es jetzt sein. Laut Sam ist Lydia noch immer äußerst unsicher, ob er sich dazu eignet, ein guter Vater zu sein. Lydia wäre eine fabelhafte Mutter. Es ist ein Jammer. Sie sitzt in der Pfanne. Sie will ein Kind, aber es ist klar, dass das mit mir nicht geht. Aber auf ihre Weise liebt sie mich vermutlich von ganzem Herzen. Wahrscheinlich ist sie auch abhängig von mir und meinem Lebensstil. Sams Lebensstil ist nicht einfach. An diesem Abend hält meine Videokamera beim Abendessen einen ihrer fast täglichen Streits fest. Ich würde dich gern verstehen. Bring mich nicht dazu abzuhauen. Warum wirst du so wütend? Weil du nicht zuhörst. Du versuchst nicht einmal zu verstehen, wovon ich rede. Das ist ja nicht das erste Mal auf dieser Reise. Langsam reicht's mir. Ich geh jetzt. Was ist verkehrt daran, ein Buch zu lesen? Tschau. Aber es war nicht immer so. Als sich Lydia und Sam begegneten, durchlebten sie eine stürmische Lebensromanze. Als wir uns trafen, sagte er, ich weiß, was ich will. Ich liebe dich. Ich fragte, wie bitte? Das war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Völlig verrückt. Ich dachte, dieser Typ kriegt, was er will. In jeder Beziehung, egal ob das eine Liebes- oder ein Elternkind- oder eine Geschäftsbeziehung ist. Ich brauchte jemanden wie ihn. In Mazedonien konnten wir nicht heiraten. Wir mussten nach Zypern. Israel verweigerte uns ein Dokument, das die Mazedonier brauchten. Wir kamen im letzten Moment in Zypern an. Der Bürgermeister von Nikosia war höchstpersönlich da. Er hatte einen riesigen Ghetto-Blaster, so einen wie die Schwarzen in den USA, wenn sie die Weißen ärgern wollen. Er legte eine Kassette ein, drückte auf den Knopf, die ersten Töne kamen. Nehmen Sie sie zur Frau, ja. Nehmen Sie ihn zum Mann, ja. Tschüss, danke und... Das war's. Das Ganze dauerte 34 Sekunden. Es gibt nur sehr wenige Studien darüber, warum so viele Frauen auf den Charme und die Tricks von Psychopathen hereinfallen. Viele Partner stehen das jahrelang durch und enden emotional und finanziell im Ruin. Aber in den vorliegenden Forschungsarbeiten taucht immer wieder ein Köder auf. Blumen. Viele, viele Blumen. Nur im Anfangsstadium macht ein Psychopath große Gesten. Er ködert die Frau. Ist sie erst einmal im Netz, ist Schluss damit. Und er macht sehr, sehr schnell dicht. Das ist wie ein Geschäftsabschluss. Es geht nur darum, die Empathie auszunutzen. Sie könnten sagen, das sei eine recht vertrackte Paarungsstrategie. Andererseits könnten Sie sagen, es geht darum, einen Fuß in die Tür zu bekommen und sobald man drin ist, ein parasitäres Leben zu führen und alle Ressourcen der Frau auszubeuten. Menschen mit viel Empathie, häufig Frauen, teilen ihre Ressourcen gern. Für eine Wissenschaftlerin sieht Christine Kirkman sehr viel fern. Wann immer sie kann, schaltet sie die Endlos-Soap Coronation Street ein. Dieses Laster inspirierte sie zu einer ihrer besten Forschungsideen. Die Figur Deidre Barlow war eine Frau, die immer auf den falschen Kerl hereinfiel. Das gipfelte schließlich darin, dass sie hinter Gitter kam und für den Mann, den sie liebte, eine Strafe abbrummte. Kirkman stellte sich vor, dass viele andere Deidreys die Serie verfolgten. Eine Menge andere Frauen waren auf dieselbe Art und Weise traumatisiert. Sie waren auf Männer hereingefallen, die ein Doppelleben führten. In der Fachliteratur heißt es, der einzige Weg, um Zugang zu Psychopathen zu finden, ist, mit Leuten zu sprechen, die Alltagserfahrungen mit Psychopathen gemacht haben. Christine Kirkman hat für ihre Sitzung mit Lydia einen gemütlichen, abseitsgelegenen Papp ausgesucht. Der Fragebogen, den Lydia über Sam ausgefüllt hat, wirft für beide ein paar interessante Fragen auf. Der zweite Teil behandelt die Persönlichkeitsmerkmale ihres Mannes. Hier wird es ungewöhnlich. Von den Frauen, die wir interviewt haben, war keine mehr mit ihrem Partner zusammen. Sie hatten sich alle getrennt. Vielleicht waren die verbitterter als sie. Der von Robert Hare entwickelte P-Scan, der Psychopathie-Scan, ist eine erste Checkliste für psychopathische Züge. Christine Kirkmans Trick besteht jedoch darin, die Fragebögen von den Partnerinnen ausführen zu lassen, mit dem Ziel, deren problematische Männer einzuschätzen. Ich bin nicht ganz sicher. Deshalb steht hier meistens eine Eins. Lügt er, während er ihn in die Augen sieht? Nein, die Aussage, er ist ein Lügner, stimmt einfach nicht. Hier sagen Sie etwas über die antisoziale Jagd nach Macht durch Aggressivität. Er ist nicht physisch aggressiv, aber verbal. Verbal kann er sehr aggressiv sein. Er möchte ständig die Oberhand haben. Er hört nicht zu, auch mir nicht. Wenn er aggressiv oder wütend ist, ist nicht mit ihm zu reden. Dann stehe ich auf und gehe. Stellt er Regeln auf oder bestraft er sie irgendwie? Nein, ich stelle Regeln auf. Ich sage, lass dein Handtuch hier nicht rumliegen. Er tut es dann nicht. Aber beim nächsten Mal muss ich wieder sagen, jetzt Regel 2515. Leg dein Handtuch nicht dahin. Sie stellt die Regeln auf, bestimmt die Parameter. Wenn man zu jemandem sagt, Regel 2001, die Handtücher gehören nicht hierher, das ist, wenn nicht beleidigend, so doch provozierend. Später nimmt Lydia Christine Kirkmans Urteil entgegen. Aus der morgendlichen Sitzung haben sich zwei deutliche Ergebnisse herauskristallisiert. Eines davon ist, dass sich Lydia hervorragend als Opfer eignet. Ihre Punkte in diesem speziellen Abschnitt zeigen, dass Sie ein Mensch mit sehr ausgeprägtem Hang zur Empathie sind. Das korreliert mit vielem anderen. Hohe Emotionalität, Freundlichkeit. Sie weinen leicht, wenn sie etwas rührt. In diesem Bereich haben sie viele Punkte. Das deckt sich mit den anderen Frauen, die wir interviewt haben. Nach Lydias Einschätzung jedoch, ist Sams psychopathische Ausprägung gering. Im Interview haben wir verletzendes Verhalten abgefragt. Sowas wie Bestrafung, Regeln, Demütigung, permanente Kritik, persönliche Angriffe. Derlei beleidigendes Verhalten ihnen gegenüber. Im Vergleich zu den anderen Frauen kam das bei ihnen extrem selten vor. Es ist fast unmöglich, einzuordnen, wie viel ein Mensch verleugnet. Sieht sie sich selbst als Opfer? Nur das ist wichtig. Sie sieht sich nicht so, weil sie davon überzeugt ist, nie einem besseren Menschen begegnet zu sein. Wir haben die Halbzeit unserer diagnostischen Reise erreicht. Bislang haben unsere Tests ergeben, dass Sam offenbar weniger narzisstisch ist, als er gerne glauben möchte, und eigentlich gar kein Psychopath ist. Zumindest laut Lydia. Die halbe Nacht über habe ich in Sams Vergangenheit gewühlt und auch die Qualifikationen der Fernuniversität überprüft, an der Sam angeblich seinen Abschluss gemacht hat. Vielleicht werde ich wirklich gerade zum feindseligen Filmemacher, wie er mich nennt. Aber was kann ich sonst tun, um gegen die Schikanen und Lügen anzukämpfen? Als ich für einen Moment das Zugabteil verlasse, erzählt Sam Lydia, dass er mir während der Fahrt über die Schulter geschaut hat. Er beschreibt mich als Betrüger, Schwingler, Kriminellen, der rumschikaniert und über seine Dissertation lügt. Diese Papiere bestätigen mich darin, dass er ein feindseliger Filmemacher ist. Als ich zurückkomme, scheinen beide überzeugt zu sein, dass ich einzig darauf aus bin, sie fertig zu machen. Wenn du zu dem Ergebnis gekommen bist, hier ist ein Hochstaatler, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, seine Zeugnisse fälscht und so weiter, dann sag's einfach. Wenn ich wütend bin, bist du der Erste, der es erfährt. Ich bin dir überhaupt nicht böse. Du klingst so. Ich bin nicht wütend, glaub mir, wenn ich es bin. Ich hab dich schon wütend erlebt. Wenn ich wütend bin, kannst du keinen Fehler machen. Ich bin sehr traurig, weil ich finde, du hast eine einzigartige Chance verspielt. Nicht, weil ich selbst einzigartig bin, sondern das, was ich tue. Das Ergebnis wird eine Art pornografischer Film. Noch ein Hannibal Lecter, der umherstreift und die Leute übers Ohr haut. Allein in den USA gibt es mindestens 8 Millionen Psychopathen. Und was machst du? Noch einen Film über einen Psychopathen. Wen soll der interessieren? Nicht einmal mich. Ich weiß nicht mal, ob ich dich um Kopien bitte. Seit Tagen wurde das zwielichtige Diplom nicht mehr erwähnt. Sam und ich kommen gut miteinander klar. Nie ist Sam glücklicher, als wenn wir den Film so machen, wie er sich das vorstellt. Ich drehe, er redet. Es gehört schon Unverfrorenheit dazu, als Jude vor Notre Dame zu stehen und zu behaupten, Jesus sei ein narzisstischer Psychopath gewesen. In den vier Evangelien wird jemand beschrieben, der heute zweifellos als narzisstischer Psychopath diagnostiziert würde. Jesus. Jesus stellt sich hin, entweder ihr seid für oder gegen mich. X-mal weichert er sich, die Leute anzuhören und sie zu heilen, bevor sie ihm nicht versichern, dass sie an ihn glauben. Sonst nennt er sie Hunde, so einfach ist das. Er ist sehr theatralisch. Das ist typisch für histrionische und schizotypische Persönlichkeitsstörungen. Er wirft im Tempel die Tische um, er liebt große Gesten und glaubt an Dinge, die sogar zu seiner Zeit als absonderlich galten, wie zum Beispiel, ich bin der Sohn Gottes. Es beunruhigt mich, dass alles so glatt läuft. Ich habe das Gefühl, ihm erlauben zu müssen, Kontrolle auszuüben. Er kann sehr charmant sein, auch sehr witzig. Vielleicht glaube ich nur deshalb, dass er doch nicht so psychopathisch ist. Aber Sams gute Laune hält nicht lange an. Der für heute angesetzte Dreh geht völlig daneben. Ohne ihn wissentlich provoziert zu haben, werde ich wieder als Feind behandelt. Wenn du eine Pause willst, hängen wir das ab. Hier, hör auf mit den Scherzen. Mach deine verdammte Arbeit. Sag mir, was ich tun soll. Hör bloß auf mit deinem australischen guten Benehmen. Mach dich an die Arbeit. Genau das mache ich ja. Ruf mich doch, mach deine Arbeit. Ruf mich, wenn du fertig bist. Ich kann mir ein Leben mit so jemandem nicht vorstellen. Aber meistens wirken Sam und Lydia sehr verliebt. Ihre Beziehung scheint allen Erwartungen und Befürchtungen der meisten Leute zu trotzen. Danke für die Kamera. Danke Ihnen, dass er dich mitgenommen hat. Danke, dass du mich mitgenommen hast, Ian. Ich danke allen. Ich kann mir nichts merken. Weder was ich sehe, noch was ich lese. Deshalb fotografierst du hier. Heute wollen wir einen Psychoanalytiker besuchen, der sich darauf spezialisiert hat, Europas Top-Manager zu coachen und zu beraten. Im Laufe der Jahre hat Manfred Ketzte-Fries so manchen narzisstischen Manager gezähmt. Vielleicht könnte Sam eine altmodische Therapie gebrauchen. Es dauert nicht lang. Als wir ankommen, ist Sam sauer. Auf mich. Aber Manfred Ketzte-Fries ist ein Meister im Auflösen von Spannungen und lenkt seinen Probanden vorsichtig auf die Couch. Waren Sie schon mal in Paris? Ich hab mal hier gelebt. Als Psychoanalytiker war ich immer neugierig, wo die Leute herkamen. Mein Doktorvater sagte, wenn du etwas nicht verstehst, fang am Anfang an. Ian hat mir das hier gegeben. Ich habe ein paar Dinge beherzigt, über die sie schreiben. Sie sind viel komplexer als nur narzisstisch. Das sollten Sie mal dem Regisseur erzählen. In seinen Augen bin ich nur ein Schwindler. Wirklich? Ja, vielleicht finden Sie zusammen einen Modus operandi. Manfred Ketzte-Fries möchte auch etwas über Sams Neigung wissen, sich selbst immer wieder im Weg zu stellen. Warum konzentrieren Sie sich speziell darauf? Auf Narzissmus? Mit der Art, wie Sie das tun, sind Sie wahrscheinlich Ihrer Zeit voraus. Sie sind wohl einer der Meister auf diesem Gebiet. Man kommt nicht an Ihnen vorbei. Wenn ich mir Ihren Lebensweg ansehe, bin ich davon überzeugt, dass Sie großes Talent haben. Aber Sie haben auch eine Tendenz dazu, sich selbst zu bestrafen, oder? Warum prügeln Sie auf sich selbst ein? Vielleicht gibt es einen Grund. Vielleicht besteht eine Diskrepanz zwischen meinem Potenzial und dem, was ich bin. Ich glaube, ich könnte mehr sein. Nicht im Sinne von berühmter oder reicher, aber vielleicht glücklicher. Zum Beispiel unterrichte ich für mein Leben gern, habe aber keine Gelegenheit dazu. Das ist eine Vergeudung vom Potenzial. Ich bin gut in starr definierten Rollen. Ich bin Lehrer, du Schüler. Dann kann ich hervorragende Beziehungen führen, und das tue ich auch. Aber überall, wo es flexibel zugeht, zeigt sich meine Persönlichkeitsstörung. Daraus sind Sie stolz. Ich besitze Persönlichkeit. Ich verdiene Geld damit. Manche haben eine Katze, andere ein Auto. Sie eine Persönlichkeitsstörung. Was anständiges. Endlich. Sam macht nicht den Eindruck, als sei er jemals wirklich an Beratung interessiert. Aber die Gelegenheit für mich ist zu günstig. Ich bitte um kostenlosen Rat, wie ich besser mit Sam umgehen könnte. Narzissten haben es nicht leicht, weil sie egozentrisch sind und viele Abwehrmechanismen haben. Sie haben große Angst, dass ihnen etwas passieren könnte. Seien Sie extrem geduldig, denn Sie erleben jede Menge Rückschläge und böse Überraschungen. Narzissten machen Dinge, die man nicht erwartet. Man sollte nicht den Bewährungshelfer spielen, sondern ihr Verhalten akzeptieren. Sie dürfen sie also nicht verurteilen. Narzissten versuchen sie zum Ausrasten zu bringen. Sie prüfen sie permanent. Kann ich diesem Menschen trauen? Wird er wieder ausrasten, wie meine Mutter es immer getan hat? Er lächelt mich zwar an, aber so prüfen sie einen permanent. Man muss also etwas schneller als die Narzissten sein und darf ihnen nicht in die Falle gehen. Die nächste Station auf unserer wissenschaftlichen Odyssee ist Tübingen. Eine akademische Hochburg mit einer langen Liste von Koryphäen, darunter medizinische Wegbereiter, Philosophen und der Mann, der den ersten mechanischen Computer erfunden hat. Es passt ins Bild, dass Tübingen eine Spitzenposition in der aktuellen Forschung einnimmt, die untersucht, wie sich die Gehirne von Psychopathen von anderen unterscheiden. Professor Dr. Bierbaum? Schön, Sie kennen Sie dann. Ganz meinerseits. Legen Sie ab. Meine Frau Lydia. Angenehm. Gestatten Sie mir, Ihnen mein Buch vorzustellen? Sam wollte Nils Bierbaumer schon seit längerem kennenlernen. Die meisten Psychopathen, die normalerweise dessen Praxis besuchen, kommen in Handschellen mit bewaffneten Wärtern. Das heutige Versuchsobjekt ist von ganz anderem Kaliber. Wir vergessen die erfolgreichen Psychopathen, weil sie nicht in Studien auftauchen. Die Wissenschaft wird nicht auf sie aufmerksam, das soziale Umfeld ebenso wenig, weil sie nicht kriminell sind. Sie sind nicht gewalttätig, nicht brutal und deshalb kennen wir sie nicht. Aber sie nehmen enormen Einfluss auf die Gesellschaft und der wurde mir untersucht. Wissenschaftler vermuten, dass Psychopathen Angst anders wahrnehmen. Vor allem die Vorahnung von Angst. Und Angst ist der Schlüssel zu Empathie. Denn um verstehen zu können, welche Auswirkungen Ihr Handeln auf andere hat, müssen Sie das selbst empfinden können. Der Ausgangspunkt von Empathie ist also immer Egoismus. Zunächst einmal müssen Sie also verstehen, was Schmerz, das Zufügen von Schmerz und das Vorausahnen von Schmerz für Sie selbst bedeutet. Und dann empfinden Sie im zweiten Schritt, was es für andere heißt. Bei Psychopathen geschieht das jedoch nicht. Wenn ihre Gehirne auf diese Reaktion untersucht werden, verhält sich das gesamte Angstzentrum still. Konsequenzen werden einfach nicht einkalkuliert. Manche verwenden den Begriff kalte Emotion, um zu beschreiben, dass Psychopathen etwas zwar mit ihrem Kopf wissen, aber niemals im Bauch spüren. Der Psychopath ist wie ein Mensch ohne Körper, der nur aus Kopf besteht. Dieser Mensch weiß alles im Kopf, hat aber weder ein Gedächtnis für die körperlichen Veränderungen, noch für so etwas Widerliches wie negative Emotionen. Sam wird den Nachmittag in einem Kernspin-Tomografen verbringen. Die Tübinger Forscher wollen herausfinden, ob sein Gehirn die Art von Nicht-Angststörung aufweist, die sie als Schlüsselsymptom für Psychopathie betrachten. Die Wissenschaftler setzen die modernste Computertechnik ein und messen Sams Hirnaktivität anhand des Blutflusses. Ihre Theorie, werden Nervenzellen aktiviert, saugen sie Sauerstoff an. Das verursacht in unterschiedlichen Teilen des Kopfes einen Blutrausch. Das magnetische Signal, das der Kernspin-Tomograf erzeugt, variiert je nach Menge des Sauerstoffs im Blut. Die Computer setzen das jeweilige Maß an Intensität dann in unterschiedliche Farben um. In zwei Sekunden produziert der Kernspin-Tomograf über 30 digitale Querschnittaufnahmen. Psychopathen empfinden nicht notwendigerweise weniger Angst. Sie können sie nur nicht mit einem Ereignis in der Zukunft verbinden. Das ist der Kern des Problems. Sams linke Hand wird an eine Pumpe angeschlossen, die ihm einen schmerzhaften Schuss Druckluft versetzt. An seiner rechten Hand wird die Leitfähigkeit seiner Haut abgelesen. So wird gemessen, ob er schwitzt. Bei Versuch Nummer 1 sehen Sie Gesichter. Und bei manchen Gesichtern erhalten Sie einen Schmerzreiz. Während des Experiments erscheinen vier neutrale Gesichter. Eines davon wird von dem schmerzhaften Schuss begleitet. Nach nicht allzu langer Zeit fangen sogenannte normale, gesunde Probanden in Vorwegnahme des Schmerzes an zu zucken. Sam zeigte sich von seiner besten Seite. Aber nach der langen Untersuchung im Scanner dreht sich ihm der Kopf. Das ist die einzige Art und Weise, wie man Psychopathen reinwaschen und rehabilitieren kann. Setz seinen Psychopathen dem hier aus und er wird zur Mutter Teresa. Das Ergebnis ist nicht ganz so eindeutig, wie Sam das erwartet hatte. Sam glaubt, ein Psychopath zu sein, aber die Computeraufnahmen seines Gehirns zeigen, dass er nicht der Prototyp des angstfreien Typen ist. Hier ist der Moment zu sehen, wenn die Gesichter auftauchen. Deutliche Gesichteridentifikation, kein Problem mit einer starken Reaktion auf Gesichter, sehr gut. Aber dennoch gibt es große Lücken in Sams Angstzentrum. In zwei wichtigen Abschnitten seines Gehirns bleiben Reaktionen aus. Im orbitalen, präfrontalen Kortex sehen wir nichts. Auch nicht im Anterior-Zingulate-Kortex. In diesem Areal fehlt also etwas. Was bedeutet das? Was das bedeutet? Wenn darüber 20 Wissenschaftler debattieren, bekommen wir 20 Antworten. Der orbitale, präfrontale Kortex und der Anterior-Zingulate-Kortex sind Areale im Gehirn, die mit der emotionalen Komponente einer guten Entscheidungsfindung zu tun haben. Das ist ein wenig so, als säße tief in unserem Kopf ein Schutzengel und sagte uns, dass wir nichts Böses tun sollen. In diesem Fall ist laut Scan Sams Engel ausgeflogen. Am Ende ist der Professor sehr beeindruckt. Von Sams Selbstanalyse und seinem Potenzial einige der verwirrenden Rätsel, um den nicht gewalttätigen Psychopathen zu erhellen. Seine Berichte sind klug und äußerst differenziert, weit differenzierter als in wissenschaftlichen Abhandlungen zu finden. Er hat jedoch keine Erklärung für die Ursachen und natürlich keinen Ansatz dafür, wie sie zu beheben werden. Das würde aber auch dem Verhalten eines Psychopathen widersprechen. Ein Psychopath will sich nicht verändern und ist auch nicht daran interessiert, warum er so ist, wie er ist. Allerdings genießt er es, sein Verhalten zu beschreiben. In diesem Sinne ist Sam herrlich psychopathisch. Auf den nächsten Tag haben wir alle gewartet. Auf den offiziellen Test, um herauszufinden, ob Sam tatsächlich ein Psychopath ist. Was bedeutet das wohl für Lydia und ihre Pläne, mit Sam eine Familie zu gründen? Für die meisten Menschen wäre eine solche Diagnose ein niederschmetterndes Ereignis, das ihr Leben verändert. Sogar für die meisten Psychopathen. Sam jedoch scheint im Moment zu genießen. Natürlich bin ich möglicherweise kein Psychopath. Das würde eine Menge Probleme lösen. Das wäre tragisch für die Jungs hier. Sie wären am Boden zerstört, da müsste ich noch jemanden umbringen. Lassen Sie uns die Psychopathie-Checkliste machen. Die Psychopathie-Checkliste oder auch PCL wurde in den 80er Jahren von Professor Robert Hare entwickelt und seither viele Male überarbeitet. Sie gilt als das Goldstandard-Prognose-Instrument und wird weltweit von der Polizei und vom Psychiatrie-Personal eingesetzt, um Psychopathen zu identifizieren. Heute setzt Nils Bierbaumer die neueste Überarbeitung der kürzeren Testversion der PCL ein. Damit beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, das ein paar Stunden dauert. Sam wird eingehend zu einer Reihe sensibler Themen befragt, die in Beziehung zu verschiedenen psychopathischen Eigenschaften stehen. Ich habe mehrere Straftaten begangen. Einmal wurde ich erwischt. Nur einmal? Sie haben nach meinem Strafregister gefragt. Ich habe mindestens zweimal Eigentum beschädigt. Bevor Sie 15 waren oder danach? Davor. Ihre Impulsivität, Ihre verbale Aggressivität, wie oft passiert Ihnen das, sagen wir mit Ihrer Frau? Sehr oft. Sehr oft? Täglich, manchmal mehrmals. Wirklich? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Aus Ihrer Symptomatik schlagen Sie auch Kapital, verdienen Ihren Lebensunterhalt damit. Ich vermarkte meine geistige Krankheit sehr erfolgreich. Sehr gute Idee. Nicht wahr? Für mich ist das Leben ein gigantischer Supermarkt. Sie nehmen sich, was kommt. Ich schlendere an den Regalen entlang. Ich ziehe einfach herum. Völlig ungeplant. Absolut Gedanken verloren. Absolut psychopathisch. Das ist psychopathisch. Die Frage, ob Psychopathen als schlechte Menschen geboren werden oder ob ihre Umgebung sie dazu macht, ist nach wie vor heiß umstritten. In vielerlei Hinsicht ist die Debatte, ob angeboren oder anerzogen, ein Streit darum, wer zuerst da war. Die Henne oder das Ei. Manche glauben, Psychopathen hätten keine Chance. Psychopathen starten beschädigt ins Leben. Sie suchen es sich weder aus, körperlich oder sexuell missbraucht zu werden, noch genetisch prädispositioniert zu sein, eine psychopathische Persönlichkeit zu werden. Sie werden von Kräften, die sich außerhalb ihrer Kontrolle befinden, in eine psychopathische Lebensweise getrieben. Dadurch können sie verheerenden Schaden anrichten. Und sie bringen so vielleicht die nächste Generation von Psychopathen hervor. Denn wir gehen davon aus, dass Missbrauch und Vernachlässigung in einem frühen Stadium des Lebens einer der Risikofaktoren für eine psychopathische Persönlichkeit ist. Es gibt also fast einen Zyklus von Psychopathie. Andere Psychopathen sind jedoch dermaßen querköpfig, dass es nichts zu beweisen gibt. Weder, dass sie Sklave ihrer Gene noch ihrer Umwelt sind. Sie machen einfach nur, worauf sie Lust haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Psychopathen behaupten, in ihrer frühen Kindheit oder Jugend habe es traumatische Vorfälle gegeben, die ihr psychopathisches Verhalten ausgelöst und sie zu dem gemacht hätten, was sie jetzt sind. Die Literatur bestätigt das jedoch nicht unbedingt. Psychopathen sind von unterschiedlichster Herkunft. Guter, mittelmäßiger und schlechter. Sie kommen aus wunderbaren und aus schrecklichen Familien. Das macht offenbar keinen Unterschied. Bevor Sams Psychopathie-Checkliste ausgewertet wird, nutzen die Tübinger die Gelegenheit und untersuchen noch einen weiteren Teil seines Gehirns im Kernspintomograph. In diesem Experiment treten Mann und Frau gegeneinander an, um zu sehen, wer seine Gefühle am besten unter Kontrolle hat. Die Neurologen bedienen sich eines Verfahrens, das als Neurofeedback-Training in Echtzeit bekannt ist. Das ist, als schaffe man eine Art Hirn-Fitnessstudio, in dem die Teilnehmer geistiges Bankdrücken machen. Die Probanden sollen ihr Ziel durch Versuch und Irrtum erreichen. Wir bitten sie, ihr Gehirn zu beobachten. Sie sollen ausprobieren, es selbst zu manipulieren. Der Computer wartet einfach auf die richtige Antwort. Und erscheint sie, sagt er, super, jetzt noch mal. Lydia wird als gesunde Kontrollperson eingesetzt. Sie wird gebeten, ihre Gefühle an- und auszuschalten. Dafür soll sie sich sowohl an glückliche als auch an traurige Situationen erinnern. Wenn Sie während der blauen Phase entspannt sind, bleibt es in der Mitte. Während der roten Phase geht das Thermometer hoch und runter. Ihre Aufgabe ist es, es steigen zu lassen. Über diese einfache Thermometer-Grafik erhält Lydia unmittelbar eine optische Rückmeldung über ihre Gehirnaktivität. Schon nach kurzem scheint sie tatsächlich das Thermometer nach oben oder unten beeinflussen zu können. In dieser Phase isolieren wir Signale aus einem Hirnbereich namens Inselkortex, der bedeutend für die emotionale Regulierung ist. Lidias Ergebnis zeigt, nach nur einer Sitzung, dass ihr Inselkortex aufleuchtet. Gleich holen wir dich raus. Jetzt bin ich an der Reihe. Sams Runde im Hirntraining fängt schlecht an. Deshalb erhält er mehr als eine Chance. Das macht keinen großen Unterschied. Das Signal im Inselkortex ist recht flach und es zeigt keine starken Schwankungen. Sam scheint nahezu unfähig, seine Emotionen zu steuern. Er scheint es auch nicht lernen zu können. Emotional gesehen ist er auf Nulllinie. Hier sehen Sie eine Darstellung der Gehirnaktivität. Das sind die Daten aus Lidias einziger Sitzung. Ich habe eine emotionale Frau. Im Mittel haben wir normale Gefühle. Oh ja. Hier sehen Sie ein regelmäßiges Bemühen, nach oben und unten auszuschlagen. Was ihr mehr oder weniger gelangt? Mehr oder weniger. Mit mehr Training würde sie sicher weitere Fortschritte machen. Dann vergleichen wir mal. Guck da hin. Hier sind Ihre Daten aus derselben Region. Die kleben an Null. Eigentlich gehen sie sogar runter. Es gibt keinen markanten Unterschied zwischen den grünen und den blauen Blöcken. Verstehen Sie jetzt, woher das kommt, dass er überhaupt nichts fühlt, wenn ich ihm sage, dass ich ihn liebe? Das sind nur leere Worte. Deshalb sage ich es ihm nicht mehr. Das stimmt nicht, dass ich nichts fühle. Ich fühle mich bestärkt. Lydia kann darüber lachen. Aber ich frage mich ständig, wie sie sich tief im Innern mit ihrer einseitigen Liebe fühlt. Es erscheint grausam, aber ich möchte erfahren, wie Lydia auf ein paar der brutalen Sachen reagiert, die Sam bisher während unserer Reise über sie sagte. In gewisser Weise existiert sie gar nicht. Sie ist nur ein Spiegelbild, eine Art Tabula Rasa, ein weißes Blatt, auf das man alles schreiben könnte und alles wäre gleichermaßen richtig. Es ist ja mal schade. Hast du dich nicht auch deshalb für sie entschieden? Kann schon sein, ja. Psychopathen und Narzissten wären leicht formbare Menschen. Nicht nur als Ehepartner, sondern in unterschiedlichsten Beziehungen. Wenn du eine Liste von Lydias Bedürfnissen, Präferenzen und Prioritäten machst, davon wird buchstäblich nichts erfüllt. Sie will ein Kind, sie hat keins. Sie ist eine gesunde, geschlechtsreife Frau, sie hat keinen Sex. Sie in Liebe bekommt nur einen schwachen Abklatsch dessen, was sie darunter versteht. Obwohl ich sie innig liebe, sofern ich das überhaupt kann, aber das ist nicht einmal der Anfang dessen, was Liebe zwischen normalen Menschen ausmacht. Sie tut mir leid. Ich habe Erbarmen mit ihr, aber wenn ich ihr das sagen will... Das sagt sie auch, du tust dir leid. Ich weiß, wir führen eine auf Mitleid basierende Beziehung. Das ist die schlimmstmögliche Grundlage für jede Beziehung. Auf Mitleid basierende Beziehungen sind laut Definition krank. Was sagst du dazu? Es ist keine normale Liebe, aber er liebt sehr stark. Ich würde nicht sagen, dass er mich nicht liebt, denn ich sehe ja, was er macht und wie er es mit mir teilt. Wir sind uns auch sehr vertraut. Früher glaubte ich nicht an Liebe. Als Jugendliche dachte ich, irgendwas müsse kommen. Ein Prinz auf einem Schimmel. Aber im wirklichen Leben ist nichts passiert. Meine Beziehungen gingen alle schief. Also gab ich die Liebe auf und traf Sam. Ich beginne, mein eigenes Verhalten infrage zu stellen. Vor allem das gegenüber Lydia. Es bereitet mir schlaflose Nächte. Es heißt ja, Schuldbeladene finden keinen Schlaf. Wir alle verfolgen eigene Ziele, ob wir das zugeben wollen oder nicht. Alle Filmemacher sind Narzissten. Vielleicht sind auch alle Dokumentarfilmer kleine Psychopathen, die Leute dazu bringen wollen, Sachen zu machen, die sie normalerweise nicht machen würden. Oder sich mit Dingen auseinanderzusetzen, über die sie sonst nicht sprechen würden. Und nur, um es mit der Kamera festzuhalten. Die letzte Sitzung in Tübingen findet nach all den Hightech-Gehirn-Scans wieder mit Papier und Bleistift statt. Der Zeitpunkt für Sams Einordnung, gemäß der offiziellen Psychopathie-Bewertung, ist gekommen. Nils Bierbaumer beschließt, Sam ins Vertrauen zu ziehen und den Test mit ihm gemeinsam auszuwerten. Ein höchst ungewöhnlicher Augenblick nach einer Reihe sehr merkwürdiger Tage. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Das ist der amerikanische Richtwert. Ja. Der europäische liegt bei 13. Europäer sind weniger psychopathisch. Sie sind ein echter Psychopath, aber in Amerika bin ich eine Null. Ich muss mich mehr anstrengen. Das Ergebnis ist allerdings nicht zum Lachen. 18 von 24 Punkten. Das ist die exakte Trennlinie zu einem ausgewachsenen Psychopathen. Ich habe erwartet, durchzufallen. Ich ging von 10, 12 Punkten aus, weil ich glaubte, dass ich viel eher Narzisst als Psychopath bin. Ich glaubte, meine psychopathischen Züge seien zweitrangig. 18 Punkte waren ein ziemlicher Schock für mich. Die überwiegende Mehrheit der Menschen würde 0 oder 1 Punkt erreichen. 18 Punkte bekämen wir vielleicht 1 oder etwas weniger als 1 Prozent. Verglichen mit der durchschnittlichen Bevölkerung sind 18 Punkte enorm viel. Es ist sogar so, wenn Sie sich anschauen, wie viele Punkte Gefängnisinsassen bei dieser Untersuchung erreichen. Das sind 12 oder 13, nicht 18. 18 ist extrem hoch. Ich hatte noch gar keine Zeit, die Bedeutung von Sams positiver Diagnose in mir setzen zu lassen. Wie viele andere, die ins Netz eines Psychopathen geraten, habe ich mein eigenes Potenzial als Opfer schwer unterschätzt. Bislang war es mir nicht gelungen, den Beweis auf Video festzuhalten. Sie konnten also nicht sehen, dass Sam mich vom ersten Tag an auf völlig unvorhersehbare Weise und scheinbar ohne rationalen Grund angriff und verbal attackierte. Das machte er genialerweise nur, wenn unsere Hauptkamera sicher verstaut war. Manchmal frage ich mich, ob Sam sich vielleicht eher mich ausgesucht hat, um den Film zu machen, als umgekehrt. Die Wissenschaft interessiert sich schon seit langem dafür, wie es Psychopathen gelingt, aus einer Menschenmenge die verletzliche Person ins Visier zu nehmen. Kürzlich führte eine kanadische Psychopathie-Forscherin ein einfaches Experiment durch, um herauszufinden, wie Psychopathen ein Opfer ausfindig machen. Ihre Neugier wurde durch eine beiläufige Bemerkung eines berühmten Serienmörders geweckt. Mich brachte ein Zitat von Ted Bundy, der ja oft als Psychopath beschrieben wird, auf die Idee. Er sagte, er könne ein Opfer an der Neigung des Kopfes beim Gehen erkennen. Ich fragte mich, ob das möglich ist. Ted Bundy sollte Recht behalten. Angela Book stellte eine Zufallsgruppe von Fußgängern zusammen, von denen eine Person schon mal Opfer eines Gewaltverbrechens, einer Vergewaltigung oder eines schweren Raubüberfalls war. Die Psychopathen brauchten nur Sekunden, um ihr Zielobjekt zu finden. Die Leute sollten sich diese Clips ansehen und entscheiden, ob die Person ein potenzielles Opfer für einen Raubüberfall wäre. Leute mit ausgeprägten psychopathischen Zügen, die mit Manipulation und fehlender Empathie einhergehen, konnten genauer vorhersagen, wer ein Opfer sein könnte und wer nicht. Allein vom Anschauen dieser 15-Sekunden-Clips. Bei ihr können Sie sehen, ihre Arme bewegen sich nicht synchron mit ihren Beinen. Auf einer Seite schon, aber auf der anderen nicht. So was sollte man nicht tun, wenn man nicht als Opfer erkannt werden will. Alles, was außerhalb der Norm liegt und nicht synchron ist, dürfte auf Verwundbarkeit deuten. Das klingt gespenstisch, aber wir haben es hier mit sozialen Raubtieren zu tun. Sie können solche Hinweise aufgreifen, weil sie Erfahrung damit haben und sie zu ihrem Vorteil einsetzen. Zum Beispiel, um Opfer auszuspähen. Sam Wagnins Opfer sind meistens nicht aufzuspüren oder aber zu keinem Interview bereit. Besonders mit einem hätte ich gern gesprochen, aber wir konnten ihn nicht finden. Er war ein Schulfreund. Sam behauptet, ihn in einen Roboter verwandelt zu haben. Mit zwölf oder dreizehn kam mir die Idee zu einer psychologischen Technik, zu einer Art verdrehter, heimtückischer, bösartiger Form von Therapie. Sams Testobjekt war der Sohn von Holocaust-Überlebenden. Um seine Seele aus dem Gleichgewicht zu bringen, ließen sich hervorragend die Erfahrungen seiner Eltern als Holocaust-Opfer benutzen. Einmal setzte ich ihn einem Sperrfeuer von Hakenkreuzen aus oder malte welcher auf sein Notizbuch. Ich konditionierte ihn, Hitler als menschlich zu betrachten. Einmal bunkerte ich Bilder von Holocaust-Opfern, diese berühmten Fotos nackter Männer auf dem Weg ins Krematorium. Nachdem er mehrere Wochen seine Knöpfchen gedrückt hatte, erhielt Sam das gewünschte Ergebnis. Einen durch und durch programmierbaren Menschen. Ich konnte ihn wie mit einer Fernbedienung programmieren. Er war eine perfekte Maschine geworden. Daraufhin definierte ich 10 oder 20 Stimuli und erlaubte ihm ebenso viele Reaktionen auf einer heimtückischen Skala. Stimuli 7 sollte zum Beispiel Reaktion 23 hervorrufen. Aber das war zu viel für seinen jungen Freund. Er wurde psychotisch und verbrachte 3 oder 6 Monate in der Psychiatrie. Er verlor ein ganzes Schuljahr. Als ich Sam später frage, wie er sich damals fühlte, bin ich mir sicher, dass in seinem Gehirn etwas fehlt. Oder vielleicht in seiner Seele. Glaubst du, dass das falsch war? Ja, einfach weil falsch im Wörterbuch so definiert ist. Ich kann nichts anderes antworten. Es war falsch. Habe ich das Gefühl, dass es falsch war? Fühle ich mich schuldig oder bereue es? Nein. Immer wieder frage ich mich, ob diese Geschichte wirklich wahr sein kann. Unsere Nachforschungen ergeben, dass sie wahrscheinlich stimmt. Ich frage mich, ob es einen Test auf das Böse gibt. Wir legen den letzten geplanten Stopp auf unsere Abenteuerreise ein. Für heute haben wir einen Besuch bei einer einzigartigen Sammlung psychopathischer Gehirne organisiert. im Vogt-Archiv. Es ist im Keller der Düsseldorfer Universität untergebracht. Über 1000 Gehirne von Kriminellen, in Scheibchen geschnitten, präpariert und zwischen zwei Glasscheiben gelegt. Sam dürfte das gut gefallen. Es ist das Lebenswerk eines geschäftstüchtigen Wissenschaftlerpaars, Cecilie und Oskar Vogt. Pioniere auf der Suche nach dem moralischen Gehirn. Die Vogts scheuten keine Mühen, um an die Gehirne abscheulicher, krimineller und sogenannter moralisch kranker zu kommen. Übrigens ein schrecklicher Begriff, dass Leute als krank bezeichnet werden können, nur weil sie kein Gewissen haben. Nicht nur Pseudowissenschaftler oder Mathematikprofessoren führten derlei Arbeiten durch. Auch renommierte Neurologen wie die Vogts oder Paul Flexig hatten Vorstellungen davon, wo im Gehirn das Gewissen angesiedelt sein könnte. Wer weiß, vielleicht sind Sams digitale Hirnaufnahmen in Zukunft für Wissenschaftler von ähnlichem Interesse. Derzeit ist man immer noch der Meinung, dass sich psychopathisches Verhalten durch eine Behandlung nur noch verstärkt und dass Strafe wirkungslos bleibt. Aber allmählich verstehen die Forscher, wie sich die moralischen Teile im Gehirn und die Teile, die psychopathisches Verhalten anzeigen, überlappen. Das könnte dann der Schlüssel zur Lösung des Rätsels sein, wie man mit Psychopathen umgehen sollte. Zunächst einmal hoffen wir sogenannte Neurotests zum Messen von Moral entwickeln zu können. Es könnte sehr interessant sein, das moralische Niveau eines heranwachsenden Kindes zu kennen, das Verhaltensprobleme oder Verhaltensstörungen aufweist. Wir hoffen, dass wir, sobald wir mehr über ihre Gehirne wissen, etwas finden können, das die Wissenschaft anspornt, diesen Leuten zu helfen. Ich war gespannt darauf, was Sam von all dem hielt. Aber der Tag hatte schlecht angefangen. Ich war Sam's Tiraden-Light, die er gegen mich abfeuerte, sobald die Kamera aus war. Sie wurden immer häufiger und immer gemeiner. Dieses Mal hatte ich mir fest vorgenommen, sein Verhalten aufzuzeichnen. Willst du lieber nicht mitkommen? Arschgesicht! Bitte? Arschgesicht! Wohin der Nase und Lutschfinger, mach irgendwas, worin du gut bist. Eigentlich will ich nicht arbeiten. Nein? Dann lass es. Ich will so nicht arbeiten. Ich will so nicht arbeiten. Es geht aber nur so. Du bist ein bescheueter Idiot-Arschgesicht. Was willst du denn machen? Wir stecken in einer Sackgasse. So ist das nun mal. Durch unsere Abmachung und ich freue mich drüber. Ich habe mir selbst meine Rückflug-Tickets gekauft. Ich habe keine Lust, mit dir über Geld zu streiten. Arschgesicht! Ich habe echt keine Lust. Du bist der größte Narzisst, der mir je begegnet ist. Du quakst wie ein Frosch und bildest dir ein, du könntest singen. Du bist ein Idiot. Was jetzt? Willst du gehen oder nicht? Ohr in der Nase und vergiss nicht, Finger zu lutschen, Widerling. Du willst nicht bestrafen, aber ich weiß nicht warum. Nein, du bist nur so inkonsequent. Ich versuche, dich dazu zu bringen, den Film so zu machen, wie ich das will. Viel Glück. Wenn du das Taxi nehmen willst, ich gebe dir gerne den Tag frei. Vermutlich könnte ich dich zu dem Versprechen bringen, mich nicht mehr zu beleidigen. Warum zitterst du denn? Weil ich nicht gerne schikaniert werde. Wir alle mögen bestimmte Sachen nicht, aber so ist das Leben. Bestimmte Sachen kann man nicht ändern. Ich mag keinen Streit. Du bettelst aber ständig darum. Die Opfer von Psychopathen bleiben nach einem Wortgefecht meist verwirrt und gebrochen zurück. Die meisten Psychopathen bringen ihre Opfer dazu, zu denken, sie selbst seien das Problem. Man könne sie schikanieren, manipulieren und betrügen. Statt zu gehen oder zu kontern, nehmen sie die Beleidigungen oft an und denken, der Psychopath habe recht. Irgendwas stimmt nicht mit mir und ich verdiene das alles. Das ist ziemlich traurig. Die sogenannte Projektion ist weit verbreitet. Man kann sie mit der Taktik religiöser Führer vergleichen. Für Paranoide ist es charakteristisch zu projizieren, das heißt, die eigenen schändlichen, bösartigen Motive anderen anzudichten. Du bist der Feindselige, du bist der Verlogene, du achtest nicht auf deine Kleidung und so weiter. Genau das passiert in vielen religiösen Gruppen. Der Führer versteht gewissermaßen ihre Defizite und spricht sie sozusagen von ihren Sünden frei. Das ist Teil seiner Strategie. Die Opfer haben alle etwas gemein, und zwar, dass sie menschlich sind. Jeder kann schikaniert werden. Auch ich wurde schon von Psychopathen betrogen und manipuliert, und ich sollte es eigentlich besser wissen. Aber wie soll man es wissen? Wenn wir glauben, der Mensch sei im Grunde gut, sind wir verloren. Vielleicht lerne ich nur langsam. Aber selbst nach der ganzen Zeit, die ich mit Sam verbracht habe, staune ich noch immer über seine kaltherzige Grausamkeit. Nur wenige Minuten nach seinem Angriff in der Hotellobby kann er ganz ruhig einen neutralen Standpunkt annehmen, den ganzen Vorfall analysieren und uns dabei gleichzeitig hilfreiche Tipps fürs Mobbing geben. Dein Körper wurde sofort von Adrenalin, nur Adrenalin und so durchflutet. Wenn diese Hormone in den Blutkreislauf eindringen, reagiert dein Gehirn, in dem es bestimmte Zentren ausschaltet und andere aktiviert. Das nennt man Stressreaktion oder Stresssyndrom. Hört die Pöbelei auf, sinkt der Adrenalinspiegel wieder. Dabei gerät das gesamte System durcheinander. Das Herz, das einen Adrenalinstoß bekam und 30 bis 50 Prozent schneller schlug, muss sich wieder anpassen. Der Blutdruck sinkt rapide und du wechselst vom Bluthochdruck zu niedrigem Blutdruck. Viele Körperfunktionen drehen durch, während man drangsaliert wird, vor allem danach. Tyrannen gehen also normalerweise nach dem Prinzip Start und Stopp vor. Damit erreichen sie ein maximales Stresssyndrom. Das ist das große Geheimnis des Mobbing. Kleine Dosen. Den Rest übernimmt das Opfer. Jetzt sieht das der schon weniger. Das muss ich ändern. Ich fühle mich wie Erschlagen. Obwohl ich mit der Kamera festgehalten habe, was ich für den wahren Sam halte, bin ich mir nicht sicher, ob ich seine Wirkung auf mich vernünftig erklären kann. Ich gebe Sam den Tag frei. Es ist ein hastiger und freudloser Abschied. Am nächsten Tag werden Sam und Lydia schon frühmorgens nach Skop hier aufbrechen. So wie es mir im Moment geht, bin ich froh, wenn ich sie nie wieder sehen muss. Bye-bye. An diesem Abend nehme ich meinen Glückshut ab und meinen Bart. Eine Art Reinigungsritual. Ich bin dankbar, endlich mal nicht gequält zu werden. Hallo Lydia. Schade, dass wir uns nicht richtig verabschiedet haben. Sag Sam, wir reden in den nächsten Wochen darüber, ob wir in Kanada weiterdrehen. Leben groß, Ehe. Ich frage mich noch immer verwirrt, weshalb Sam und ich während unserer Reise fast täglich stritten und warum das so eine große Sache wurde. Zu Hause angekommen, wühle ich mich durch meine Dutzende Interviewbänder und suche den Beweis dafür, dass sich Sam, so wie ich mich erinnere, mit seinem unrechtmäßigen Abschluss brüstete. Die Ph.D. wurde in einem Diploma Milch Diploma Milch in den USA bedeutet ein Ort, wo man seine Degrees kaufen. Also ist es Diploma Milch. Ich bin nicht ein realer Ph.D. In der Fall ist ein Doktor. Technically, ich bin ein Ph.D. Ich habe zwei Jahre gearbeitet. Ich habe eine Thee. Die Thee. Die Thee war reviewed von Peers. Es ist in der Library des Kongressen, wie Sie sehen. Aber zwischen Ihnen und mir, das ist nicht das rigorosste Ph.D. Der großen Flunkerei von Dr. Sam am Ende auf die Schliche zu kommen, ist ein Pyrosieg. Noch Monate später tauchen immer wieder Echos seines Hohens auf und verfolgen mich. Wärst du nur ein wenig klüger, als ich vermute, würdest du nachts im Bett mal drüber nachdenken. Sam hat mir viel Böses gesagt und das mit böser Absicht. Aber trennen wir mal den Weizen von der Spreu. War da nicht auch was Vernünftiges dran? Was könnte hilfreich sein? Was von all dem trifft auf mich zu und beschreibt mich präzise? Was kann ich tun, um das zu ändern? Mit einem Psychopathen einen Film zu drehen, ist eine Sache. Sich von ihm sagen zu lassen, wie du dein Leben leben sollst, ist eine ganz andere Art von Wahnsinn. Und so weit werde ich definitiv nicht gehen. Das habe ich mir geschworen. Oh, Gott, oh. Wie soll ich anfingen? Medaillen für die Kunst, das gab es bei den Olympischen Spielen bis 1948. Wie der Sportkünstler insbesondere.